Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was das Ziel ein... Beruhig dich, Stefan Contenance. Willkommen bei Easy Minology, mein Name ist Stefan. Und ich bin die Alex und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie mRNA-Impfstoffe funktionieren. Wie wir euch in einem vorhergehenden Video schon erklärt haben, gibt es vier verschiedene Arten von Impfstoffen. Zum einen hitzeinaktivierte oder chemisch inaktivierte Virus-Impfstoffe, sogenannte Totimpfstoffe. Dann Carrier-Impfstoffe, bei denen das Protein, gegen das wir impfen wollen, als Bauplan innerhalb eines anderen Virus zum Beispiel eingebaut wird. Dann gibt es Untereinheiten-Impfstoffe, die wir im vorherigen Video schon erklärt haben. Aber es gibt auch RNA-Vakzine, die jetzt relativ neu auf dem Markt sind. Schauen wir uns erstmal an, wie die hergestellt werden. Wir gehen jetzt zum Beispiel hier mal von einem intakten Virus aus. Aus dem isolieren wir eben die Erbinformationen. Das kann DNA oder RNA sein. Und mit bestimmten Methoden, die relativ verbreitet und relativ schnell und relativ günstig sind, können wir diese Erbinformationen eben sequenzieren. Das heißt, wir können nachsehen, was für Informationen da drin enthalten sind. Das ist dann dieser ATGC-Code. Und wir wissen mittlerweile, wie dieser ATGC-Code funktioniert. Das heißt, wir können dann ableiten daraus, welche Teile dieser Erbinformationen für uns interessant sind, weil sie zum Beispiel für das gelbe Spike-Protein kodieren. Und diesen Teil nehmen wir uns dann. Und den können wir synthetisieren. Da gibt es Maschinen, die eben diese RNA herstellen können. Und die verpacken wir dann in eine Hülle aus Lipidenfetten. Wir haben also die mRNA. Das ist der Botenstoff, der Bauplan für dieses Spike-Protein. Das Ganze wird verpackt in eine Hülle aus Fette. Also Fette heißt Lipide oder Lipide heißt Fette. Das hat den Sinn, das Ganze eben zu schützen, damit es nicht direkt in unserem Körper abgebaut wird, weil mRNA eben ein sehr instabiles Molekül ist. Und um die Stabilität weiter zu erhöhen, werden nochmal Stabilisatoren mit in diese Lipid- oder diese Fettkügelchen verpackt. Wie aktivieren jetzt mRNA-Impfstoffe das Immunsystem? Wenn wir uns eine antigen-präsentierende Zelle ansehen, dann werden diese mRNA-Impfstoffe direkt aufgenommen. Das liegt daran, dass unsere Zellen alle quasi über eine Lipidschicht geschützt sind. Das nennt sich Lipid-Doppelschicht und bildet quasi die Zellmembran. Und weil jetzt die Oberfläche von diesen mRNA-Impfstoffen auch Lipide sind, also auch Fette, können wir die relativ gut aufnehmen. Was jetzt passiert ist, dass innerhalb dieser Zelle die Lipidschicht abgebaut wird, sodass die mRNA frei vorliegt. Unsere Körperzellen sind darauf programmiert, mRNA, die sich im Zytosol, also innerhalb der Zelle befinden, abzulesen und daraus die Proteine zu generieren, für die sie den Code liefern, also für den sie quasi den Bauplan beschreiben. Diese Proteine werden dann ganz typisch für alle Proteine, die wir immer in unseren Zellen produzieren, über ein sogenanntes Proteasom. Das ist eine Tonne, wo quasi große Proteine reinkommen und kleine Proteinstückchen rauskommen, zerhäckselt, also klein gemacht, und dann auf der Oberfläche von Zellen, jedem Zell, jeder Zelle tatsächlich, gezeigt. Also jede Körperzelle zeigt auf ihrem Äußeren, womit sie sich in ihrem Inneren beschäftigt. Und im Falle von einem mRNA-Impfstoff ist das eben auch das Protein, für das die mRNA, also diese kleinen Stückchen des Bauplans, kodiert. So, wenn jetzt eine T-Zelle an dieser antigenpräsentierenden Zelle vorbeischwimmt, die eben auf ihrer Oberfläche, auf diesen MHC-Molekülen, die wie so kleine Schalen sind, die Peptide aus unserem mRNA-Impfstoff präsentiert, also zeigt, und die T-Zelle einen T-Zell-Rezeptor hat, der dazu passt, dann bleibt sie erstmal hängen. Aber aktiviert wird sie noch nicht, weil eben zusätzliche Signale fehlen. Aber die antigenpräsentierende Zelle kann diese Signale zur Verfügung stellen, wenn zum Beispiel die mRNA als Gefahrensignal erkannt wird, und das wird sie über bestimmte Rezeptoren im Inneren der Zelle, die nennen wir Mustererkennungsrezeptoren, also Pattern Recognition Rezeptoren. Und wenn diese Rezeptoren eben ganz speziell die mRNA erkennen, wird eben ein aktivierendes Signal in den Zellkern dieser Zelle weitergeleitet. Und das führt zu vielen Dingen, aber für uns sind jetzt erstmal zwei relevant. Zum einen werden eben kostimulatorische Moleküle auf der Oberfläche gezeigt. Die können wiederum mit entsprechenden Gegenstücken auf der T-Zelle interagieren. Und was jetzt hier an Informationen weitergeleitet wird, ist, dass die antigenpräsentierende Zelle das, was sie eben der T-Zelle als Peptide zeigt, als gefährlich eingeordnet hat, weil sie eben über die Aktivierung ihrer Mustererkennungsrezeptoren weiß, wenn dieser Mustererkennungsrezeptor aktiviert wird, muss es eben ein Molekül in meinem Inneren geben, was da nicht hingehört und was zum Beispiel zu einem Krankheitsregel gehört. Ja, das ist das eine. Da kann die T-Zelle schon mal aktiviert werden. Durch die Signale 1, also Peptid auf MHC und 2, kostimulatorisches Signal, aber dann weiß die T-Zelle oft noch gar nicht so genau, was sie machen soll. Und das wird eben über das dritte Signal vermittelt. Das sind die sogenannten Zytokine. Das sind kleine, gut lösliche Botenstoffe des Immunsystems, Proteine, die an entsprechende Rezeptoren auf der T-Zelle binden und dann der T-Zelle sagen, okay, du wirst jetzt zu einer antiviralen T-Zelle zum Beispiel. Stefan, wie ist das denn? Woran erkennt denn die Zelle, dass die mRNA, die wir da durch den Impfstoff verabreicht haben, ein Gefahrensignal ist? Kann sie dann nicht auch meine eigene mRNA, von der ich vorhin gesprochen habe, auch als Gefahrensignal erkennen? Theoretisch schon. Das sind ähnliche Moleküle. Aber diese Musterkennungsrezeptoren erkennen bestimmte Strukturen, Faltungen der mRNA, bestimmte Bestandteile der mRNA. Und unsere mRNA ist ein bisschen komplexer aufgebaut, weil wir eben evolutionär ein bisschen weiterentwickelt sind, als die mRNA von Viren oder Bakterien. Die ist deutlich, ich sag mal, weniger entwickelt. Da sind weniger Elemente drin, die wir eben in unseren mRNAs noch haben. Da ist nicht nur der Bauplan kodiert, sondern da hängt am Anfang und Ende noch zusätzliche Informationen dran. Und die sorgt eben dafür, dass diese Musterkennungsrezeptoren nicht aktiviert werden. Und das haben wir eben bei der RNA oder auch DNA, bei einem DNA-Virus eben nicht. Und deswegen werden die aktiviert, aber von unseren eigenen mRNAs eben nicht. Ganz wichtig ist auch, dass man hier sagen kann, die RNA, die in dem Zytoplasma, also innerhalb der Zelle rumschwimmt, geht nicht zurück in den Zellkern und kann auch nicht unsere eigenen DNA verändern. Das ist etwas, wovor viele Menschen Angst haben, aber das ist nicht der Fall. Tatsächlich ist aber der Fall, dass wenn wir uns mit Viren infizieren, also tatsächlich mit dem intakten Virus, was uns krank macht, da gibt es einige Viren, sogenannte Retroviren, die tatsächlich ihren Bauplan in unser Genom einbauen. Ja, HIV wäre da ein Beispiel. Oder auch Herpesviren, die eben sich, man nennt das, stabil in das Genom, also in die genetische Information der infizierten Zelle integrieren und da nicht mehr rauszubekommen sind. Ist tatsächlich ein großes Problem in der Behandlung dieser Erkrankung. Ja, deswegen ist es auch so schwierig, HIV zu heilen, weil wir quasi in unseren Zellen die Genomsequenz dieses Virus tragen und da auch nicht rausbekommen. Was jetzt auch noch passieren kann, ist, dass durch diese Aktivierung der Genablesung eben Interferone gemacht werden. Interferone sind ein Teil oder eine Untergruppe der Zytokine, die sehr stark eben antiviral fungieren und auch über Rezeptoren auf der gleichen Zelle wieder das Ganze verstärken können. Also wir haben das Interferon, das produziert wird, das bindet dann den Interferonrezeptor und der leitet wieder ein Signal in das Innere der Zelle, in den Zellkern weiter, der das Ganze nochmal verstärkt. Das heißt, das führt dazu, dass nochmal stärkere Immunantworten ausgelöst werden und auch stärkere Entzündungen vermittelt werden. Das ist häufig der Fall, wenn wir uns zum Beispiel nach der Grippeimpfung sehr krank fühlen, dann sind es das häufig eben diese Interferone, die aktiviert werden. Aber auch bei einem BioNTech oder moderner Impfstoff ist es so, dass man sich danach einige Tage relativ schlecht fühlen kann und das genau das gleiche Prinzip. Ja, das liegt einfach darin, dass das Immunsystem aktiviert wird und eben genau das abläuft, was wir euch hier erklärt haben. Im Prinzip ein gutes Zeichen, weil man merkt, dass das Immunsystem auf das, was gespritzt wurde, reagiert. Es ist nicht notwendigerweise der Fall. Also das Immunsystem kann auch reagieren, ohne dass wir uns schlecht fühlen danach. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass das Immunsystem aktiviert wird. Was wir jetzt noch sagen wollen, ist, dass diese mRNA, wie wir schon vorhin angedeutet haben, eben relativ instabil ist. Deswegen wird sie verpackt. Aber auch innerhalb der Zelle wird sie sehr schnell nach dem Ablesen abgebaut, sodass im Prinzip nach wenigen Stunden oder nach ganz, ganz wenigen Tagen eben von dieser mRNA nichts mehr da ist. das eben ein Sicherheitsfeature im Prinzip dieser Impfstoffe ist. Was auch bei unseren eigenen mRNA in der Fall ist, denn mRNA wird immer dann produziert, wenn unser Körper ein bestimmtes Protein braucht. Das bedeutet, im Zellkern wird die jeweilige Sequenz der DNA abgelesen. Die mRNA wird in das Zytoplasma exportiert, also gebracht. Und dort wird die mRNA abgelesen. Und nachdem man den Bauplan hergestellt hat, also die mRNA benutzt wurde, das Protein produziert, danach wird dieser Bauplan weggeworfen. Denn beim Produzieren von diesem Protein geht das einfach kaputt irgendwann. Ja, und wir wollen ja auch zum Beispiel, dass Protein nur eine bestimmte Zeit herstellen, nicht die ganze Zeit. Und das weiß die Zelle ja. Gut. Das heißt, wir haben euch jetzt erklärt, dass eben von antigenpräsentierenden Zellen über diese mRNA-Impfstoffe eben T-Zellen aktiviert werden. Das sind erstmal sogenannte cytotoxische T-Zellen, also Killerzellen, die dann zu reifen Killerzellen werden, die dann virusinfizierte Zellen bei erneutem Kontakt mit dem Virus zum Beispiel töten können. Aber es werden auch Helferzellen aktiviert. Und die Aufgabe dieser Helferzellen ist eben, mehr Zytokine zu produzieren. Die sind im Prinzip kleine Manager der Immunantwort, die dann anderen Zellen des Immunsystems sagen, was sie tun sollen. Unter anderem eben auch den B-Zellen, die dann zu Antikörper produzierenden Plasmazellen werden. Und diese Antikörper können dann eben das Virus, wenn wir Kontakt mit dem Virus haben, später neutralisieren und so schon direkt verhindern, dass wir eben überhaupt infiziert werden. Und alle diese drei Zellarten können eben zu sogenannten Gedächtniszellen, in Memoryzellen werden, die uns über Monate und Jahre dann vor diesem Krankheitsreger schützen können. Damit sind wir fertig für heute. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Einblick geben in die Funktionsweise von mRNA-Impfstoffen und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Okay, du fängst doch an. Ich mache dann weiter. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.